Herzlich Willkommen zu einem neuen Tutorial. In diesem Video werde ich dir die Grundlagen von dem PHP-Framework Symfony näher bringen. Symfony ist ein mächtiges PHP-Framework, mit dem du mit viel weniger Aufwand komplexe Web-Applikationen erstellen kannst, als dies mit handgeschriebenem PHP, HTML usw. möglich wäre. Symfony erspart dir dabei eine ganze Menge Arbeit und Zeit. Gemeinsam werden wir Symfony installieren, einrichten und die erste Seite aufsetzen. Das Ganze zeige ich dir am Beispiel von einer kleinen Hello World Web-Applikation. Ok, legen wir direkt los. Als erstes brauchst du eine lauffähige Entwicklungsumgebung für PHP-Projekte. Das heißt du brauchst PHP und einen lokalen Server. Am einfachsten geht das mit der Installation von XAMPP. Lad dir einfach die Installationsdatei für dein Betriebssystem herunter und führe die Datei aus. Nach der Installation befindet sich XAMPP unter Windows in C XAMPP. Mit XAMPP-Control startest du den Apache-Server. Im Browser unter Localhost können wir prüfen, ob alles funktioniert. Wenn du diese Seite siehst, bedeutet das, dass alles richtig läuft. Um nun Symfony einzurichten, können wir Composer benutzen. Composer ist ein PHP-Paketmanager zum einfachen Aufsetzen von PHP-Projekten. Mit Composer kannst du nicht nur Symfony-Projekte verwalten, sondern eine ganze Reihe weiterer Tools und Software verwenden. Klicke auf Download und lade dir die Datei für dein Betriebssystem herunter. Danach kannst du die Installation wieder problemlos durchlaufen lassen. Jetzt geht's mit Symfony los. Um ein neues Projekt anzulegen, nutzen wir Composer im Terminal. Webprojekte werden unter Windows im Ordner XAMPP-HT-Docs gespeichert, damit wir diese im Browser später sehen können. Wir wechseln also zunächst in den Ordner HT-Docs und geben dann den Composer-Befehl zum Anlegen eines Symfony-Projektes an. Mit Composer Create Project Symfony slash Skeleton Hello World wird ein neues Projekt mit dem Namen Hello World erstellt. Dabei werden alle wichtigen Komponenten, die für eine Website nötig sind, automatisch mitinstalliert. Ich führe das Kommando einfach mal direkt aus. Nachdem die Installation durchgelaufen ist, wurde uns ein neuer Projektordner in HT-Docs angelegt. Wir können uns den Inhalt des Ordners auch im Browser anschauen. Dafür öffne ich den Ordner, in dem das Projekt installiert wurde. Wenn du dieses Bild siehst, wurde das Symfony-Projekt erfolgreich eingerichtet. Um die Dateien und Inhalte nun bearbeiten zu können, benötigen wir jetzt natürlich einen Code-Editor. Ich entscheide mich hier für Visual Studio Code. Visual Studio Code bietet uns alles, was wir für die Entwicklung von Symfony-Web-Applikationen brauchen. Wähle wieder den Download für dein Betriebssystem aus und lasse die Installation durchlaufen. Nach der Installation können wir uns den Editor direkt öffnen. Ich ändere mir kurz noch die Schriftgröße. Als erstes lege ich mir links dann fest, in welchem Projektordner ich arbeiten möchte. Symphonies Architektur ist nach dem Model-View-Controller-Entwurfsmuster aufgebaut. Das spiegelt sich auch in der Projektstruktur wieder. Das heißt, dass Symfony-Projekte strikt nach Inhalt, Struktur und Datenhaltung getrennt sind. Das Model beinhaltet die Daten und alles, was mit der Datenbank zu tun hat. Die View stellt den Inhalt dar, quasi das, was der Anwender später auf der Website zu sehen bekommt. Der Controller umfasst die gesamte Programmierlogik. Hier wird der PHP-Code geschrieben. Am Anfang einer jeden Symfony-Applikation steht der Controller. Einen ersten Controller können wir uns mit dem eingebauten Terminal in Visual Studio Code anlegen. Öffne das Terminal mit der Tastenkombination STRG Öl und achte zunächst darauf, dass du im richtigen Projektordner bist. Um die View gleich mitbearbeiten zu können, installiere ich mir vorab mit Hilfe von Composer gleich schon die Template Engine Twig mit. Mit Composer Rack Twig. Rack steht an dieser Stelle für Require. Außerdem installiere ich nach dem gleichen Schema das Make-Command, Doctrine und Annotations für die Datenbank und das Routing. Einen neuen Controller legen wir uns an mit php-bin-sless-console-make-doppelpunkt-controller. Danach vergeben wir einen neuen Namen, zum Beispiel Hello World. Die Konsole hat uns automatisch den Controller und ein Twig-Template erstellt. Das Twig-Template stellt die View dar, also das Frontend. Ich öffne mir aber zuerst den Controller. Controller befinden sich immer im Ordner Source-Controller. Im Controller befindet sich die Controller-Klasse und eine erste Index-Funktion. Über der Funktion sehen wir eine Route. Die Route ist der Name, unter der die Funktion im Browser erreichbar ist und auch innerhalb der Applikation im Programmiercode angesprochen werden kann. Die Route gilt für die Funktion Index direkt darunter. Ein Controller kann mehrere Funktionen und mehrere Routen haben. Aus Übersichtsgründen wird für jeden eigenen Aufgabenbereich aber in der Regel ein neuer Controller angelegt. In der Funktion wird mit return-this-render die View aufgerufen, die die Ausgabe für den Browser erzeugt. Dafür kommt in Symfony die sogenannte Template-Engine-Twig zum Einsatz. Ich möchte mir eine Hello World-Ausgabe erstellen. Als erstes lege ich mir eine neue PHP-Variable an mit $HW, Hello World. Außerdem erstelle ich noch eine zweite Variable mit $Day gleich Date L. Damit wird der Variable $Day mittels der PHP-Datumsfunktion der Wochentag zugewiesen. Der Funktion zum Rendern in View gebe ich nun die Variablen $HW und $Day mit. Für die Twig-Datei kann ich mir für die bessere Darstellung die Extension in Visual Studio Code installieren. Danach wird Twig hübsch formatiert dargestellt. Ich lösche den ganzen Beispiel-Code aus der Twig-Datei raus und lasse nur den Bodyblock stehen. Innerhalb des Bodyblocks kann nun der Inhalt auf der Website, der unter dem neuen Router erreichbar ist, angezeigt werden. Wir können nun ganz einfach im HTML-Code die PHP-Variablen aus dem Controller nutzen. Dafür kommen Twig doppelte geschweifte Klammern zum Einsatz. Mit H1 und dann in doppelten Klammern HW. Und zum Beispiel mit H2 für eine etwas kleinere Überschrift. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Doppelte geschweifte Klammern Day. Ganz oben in der Datei sehen wir noch das ExtendFromBase.html.wig. Das bedeutet, dass alles, was in der Base-Datei steht, in dieser Datei im Frontend auch angezeigt bzw. verarbeitet wird. Dadurch muss man das ganze HTML-Gerüst nicht mehrfach schreiben, sondern kann die Grundeinstellung einfach aus der Base-Datei übernehmen. Dort kann der Header der gesamten Web-Applikation definiert werden oder es können zum Beispiel auch CSS- oder JavaScript-Dateien eingebunden werden, die dann in allen abgeleiteten Seiten nutzbar sind. Das Ergebnis unserer Hello World-Applikation erreichen wir nun unter der im Controller festgelegten Route. Hello World Das Hello World wird zunächst hinter die Index-PHP-Datei angefügt. Und hier haben wir unsere Hello World. Ich wünsche dir einen schönen Monday. Sehr schön. Darauf aufbauend kannst du nun nach und nach weitere PHP-Funktionen erstellen und in Twig verarbeiten. Das sind die allernötigsten Grundlagen, die du zum Aufbau von Web-Applikationen in Symfony benötigst. Darüber hinaus gibt es natürlich noch eine ganze Menge weitere Möglichkeiten, die mit Symfony umgesetzt werden können. Zum Beispiel habe ich das ganze Thema Datenbank noch nicht angesprochen oder die Benutzerinteraktion mit eigenen Benutzerkonten, E-Mail-Versand, Formulare, ein hübscheres Frontend und eine ganze Menge mehr. Wenn du nun mehr über Symfony lernen möchtest, empfehle ich dir meinen Symfony-Grundkurs für Einsteiger. Dort zeige ich dir in sieben Stunden alles, was du über Symfony wissen musst. Außerdem bearbeiten wir gemeinsam ein Beispiel für eine komplette Web-Applikation vom Anfang bis zum Ende. Du lernst alle Grundlagen komplett bei Null bis zur fertigen Website. Mit dem Link hier in der Beschreibung unter dem Video bekommst du den Symfony-Kurs immer zum günstigeren Bestpreis, egal was auf der Udemy-Seite steht. Als kleinen Vorgeschmack zeige ich dir nun im Anschluss die Inhalte, die ich im Kurs bearbeiten werde. Vielen Dank fürs Zuschauen! Symfony 5, der komplette Grundkurs für Einsteiger. Du lernst alles über die Entwicklung mit Controllern, die Frontend-Entwicklung mit Twig, das Routing der Applikation, die Datenbank-Kommunikation und die Arbeit mit dem Terminal. Das Ganze am Beispiel einer kompletten, realen Web-Applikation. Ich zeige dir, wie du mit Twig und Bootstrap das Frontend erstellst. Wie du mit der Datenbank Bestellung verwaltest. Wie der E-Mail-Versand funktioniert. Wie du neue Daten anlegen und bearbeiten kannst. Wie du Benutzer administrierst und ihnen Rollen und Rechte zuweist. Und noch viele weitere Themen, die ich dir im Lehrplan vorstellen werde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.